hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde nach der runde zu einer neuen folge so wie schon drauf wir haben ja ganz klar ist es also was die nazis im schilde führen kessler muss das steuerungssystem installieren bevor sie nach alaga gebracht werden aber wie viele sind bereits verschifft worden wir wissen es nicht mehr finde ich nicht ich habe gar nicht darauf geachtet dass du überhaupt gefunden hast kesslers forschungsnotizen okay ja 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 da ist ein kleiner fehler ja und kaffee fleck ausgezeichnet ja dann würde ich sagen verstehe mir die gut sie ich werde kesslers büro bis zum schluss verteidigen so uff so da ist irgendwo noch einer ist noch da auch schon so ja 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 ich schon und ich wollte schauen was hier oben noch alles ist ja die verbinde um ein kämmerchen ok 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 hier drüben ist auch noch eins das ist schön ruhig besser als in dieser maschine alarme wo bin ich da nein das mache ich lieber nicht so ja da wird es ein hinab auf auf da ist irgendetwas gewesen ja so die ap 38 das lassen wir ist gut nachladen und zwar schauen wir jetzt gleich mal auf der map nach wir haben wir alles alleine die kessler finden aber wir schauen dass wir hier wieder rauskommen das ist ja ein panzer aus dem wollen wir suchen so richtung panzer aus total ach so da ist das mit dieser satelliten schüssel sperrgebiet ja da ist keiner der für die deckung da na gut ja dann würde ich sagen auf auf und davon ach ich glaube da oben läuft jemand im freien unter der sonne italien die sonne geht langsam auf sehr schön so wir gehen herüber analysieren die schüssel das kessler waffen zu stören so mein plan diese straße entlang diese waffe zerstören die straße ja aber wir biegen nicht rechts ab die schüssel ja irgendwas ach so diese geschütze die anderen gehen geschützt ja noch da war dieser panzer turm naja naja tun wir die tauschen wir sind schon fast hier ach da ist ja auch dieser ringstand und der scharfschütze mit dem haben wir ja auch noch eine kleine rechnung offen mit dem ringstand ja das war mein gut ein funke stand oh ja foto machen ja ich weiß da soll ich sprengstoff platzieren ja 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 über diese ebene rüber laufen oder über die andere seite mhm 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 ja dann werden wir das tatsächlich so machen nichts geschieht gut gut es muss ja auch nicht immer was geschehen sooo da hinten ist noch einer so kommt bei dir vor ja du kannst aber auch vorkommen ja auch noch ja auch noch ja du ja du so hier nämlich Ja 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 Ja, so. Ich vergesse. Rucksackladungen am Fuß würden sie zerstören. Aber das würde ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Ja, gut, aber noch viel mehr Aufmerksamkeit kann ich eh nicht erregen. Hm. Cool. Cool. Nein, das tauschen wir natürlich nicht aus. Oh. Hab ich dich. So. Oh. 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 Ich glaube ja ernsthaft, die haben irgendetwas gegen mich. So, dann sage ich vorerst einmal, Dankeschön fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, Tschüss.